Hallo Zuschauer und Mitsuschauerinnen, willkommen zu einer neuen PropHunt-Aufnahme und den folgenden mit dem Heiler, dann auch noch mit dem Bladdick, mit Samto natürlich auch, Hallo, ich bin der Roboter heute. Durchaus, mit mir natürlich, mit Jan und Sascha und Sascha. Ja, mein Name kam fast durch bei der Nachfolie, aber hi. Und auch zuletzt mit Roddick. Ja, ein wenig. Das tut mir leid, da gibt es technische Verlust. Oh ja. Ich parke fest. Wann, diese Scheiß-Kopper. So, jetzt müsste es wieder gehen. Oh ja. Das hört sich gut an. Klingt gut. Also wir zolling natürlich auch. Ey! Ich würde das als nicht ganz faire Teams bezeichnen, aber okay. Wir haben viel Spaß in dieser Sitzung. Aber einer von uns ist schon tot, von daher. Ja, ich. Ich habe die Anmoli gemacht und wurde in der Anmoli gegelt. Er ist unser Opfer. Ach, wer macht denn sowas? Er ist unser Opfer. Da war eine Flasche. Oh, Hex! Oh, los. Noob! Hex! 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 Ich bin für. Danke. Das hast du aber auf. Ist tot. Ja, er 2 gegen 1. Ich kann mich nicht bewegen. Äh, ich bin. Hab eh gewโ evaluated. Ich hab noch nicht mal ein Gil gekriegt. Ich bin nehmen tot. You need me. You need me! Wow. Jetzt ehrlich, euch beide. Was? Es ist nur Sascha. Okay. Jaja, ich kann das Ding hier noch mit.. aber du kannst dich nicht mehr bewegen oder was dann warst du gerade aber mal verdammt lucky gut dass ich nicht in die andere richtung gerannt bin können wir das schaffen nein wir schaffen das nicht ja klar ich wollte aber es sah sehr geil aus um die ecke pflanze es kommt kein schwarzer bildschirm es kommt kommt das letzte danke sascha dass mich nie hängen würde ich niemals tun wobei konnte sich erlauben bei einer ungeraden zahl ich habe aber noch nicht mal absichtlich rechte maustaste gedrückt ja ja voll und nein das war wirklich keine abschlecht nicht doch gerade movement gesehen die büro der krippe wofür krippelt hier stehen stühle nicht gerade wer war das gerade stühle nicht klar hier also ich setze mir eine mütze auf warte mal stehen erwischt warte du hast keine kopfhaut das ist nicht so einfach du hast keine kopfhaut das ist nicht so einfach cooler typ warte mal ich kann sie nicht mitnehmen hier Feels kind kein lob ich kann nicht wاحerschen warte 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 hm okay ok die Das ist aber fassbar, weil... Ne, das würde ich gar nicht anfassen. Ne, wenn ich das Ding habe, dann würde ich was anderes anfassen. Ich möchte mich nicht bewegen. Wow. Wir lebten noch. Xanto noch. Sound! Und nicht der auf Silence. No. Oh, das höre ich in drei Wochen. Guck mal. Du bist so'n Sack, Sascha. Sascha ist halt auch... Jetzt kommenden Montag erstmal schön Dropkick Murphys. Oh, Gott. Oh, nein! Nein, ich bin gefangen! Erstmal sicherheitshalber... Oh, nein! Ich hab'n Problem! Ich auch! Nee, nee, hab' ich nicht. Hast du mich gesehen? Ich hab' gesehen, was du zu Anfang warst. Ja, ich bin immer noch, ich komm' nicht durch nichts... Naja, doch. Ich bin von der Mülltonne runtergefallen! Ja, das ist halt die Mülltonne des Todes, kennst du nicht? Teil 2 kommt weiter im Kino. What the hell? Das ist nicht... Oh, ja, lol, Sascha. Ja, was soll ich denn machen? Not suspicious! Mein Spot. Guck dir mein Spot an. Ey, nein, dann töte mich mal nicht. Pack mich mal hier raus. Du bist da? Aber Sonny könnte doch Lack haben. Mich hat keiner gesehen. Nee, das hab' ich ja gerade gesagt. Ich hab' das Muffe. Jawohl, warte mal. Bitte. Jetzt wird's ein Regal. Das ist kein Spaß für nichts wünschen. Ja, genau, ich schieße auf mich. Ja, jetzt hast du kein Leben mehr. Ja, jetzt hast du kein Leben mehr. Ich finde mich nicht. Sie finden mich nie. Nein, tun sie nicht. Wir lassen dich ziehen, tot! Okay, jetzt finden sie dich. Ich bin ja ein fairer Spieler. Nicht so wie manch anderer. War da Mathis drin? Ich weiß nicht, ob das jemand erklärt hat, aber wenn du so hustest nach so einer Aussage, musst du auch einen Namen oder ein Wort sagen beim Husten. Nee, so gemein bin ich nicht. Achso. Also außer zu Sascha. Aber in dem Fall, da ich seiner Namen nicht gesagt hab, ist das nicht. Achso. Obwohl, Anke. Oh voll Eichhaut. Bewegt dich mal ein bisschen. Ich komm' hier nicht weg! Wofür Atta? GARD! Ich kann nicht nur in irgendeine Tür gehen. Ich kann nur nicht mehr wandeln, was an den Türen steht. Hab' ich schon probiert. GARD! GARD! Oh shit! GARD! Schnutze! GARD! Oh! GARD UNNEI! Von putz! NNEI! NIEIs! Lauf! Lauf Pflanze! Lauf! LaufTunnel, Lauf! Nein! Die Tür! B非 die Ihren! ging mit der pflanze plötzlich alles ich wäre so etwas steckt gewesen nein ich sollte wir sind jetzt nicht weiter wir wiggeln nicht du bist auch so eine spongebob version die feuerlöscher der hinter euch kommt ja du solltest ihn nicht verfolgen damit er sich nochmal verstecken kann du vogel ach quatsch ich habe ja vorhin schon extra gehustet das war nicht gut genug versteckt die mann nicht erwähnen auch noch mal weg ja da ist auch weg weg ein eigenartig an ihn gott meinst du hast du dir jetzt nicht flasche ja habe ich selber ja nein 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 doch 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 das ist eine sackkasse das weiß ich habe Ich hab noch 3 Minuten. Easy. Ja, lass ihn doch mal. Naja, aber es verfolgt ihn ja schon jemand. Oh Gott. Ich mit meinem aus Versehen rechts klicken. Ich könnte kotzen. Taschenbillard. Wieso nicht? Ich bei dir, du bei mir. Das ist gar kein Ärzte, ich jetzt einen ab. Ja, und er ist weggekommen. Ich hab ihn verloren. Wow, ehrlich jetzt. Ja. Da willst du schon jemand extra verfolgen und verkackst dabei auch nicht. Quietsch! What the fuck? Alter. Holy moly, was ist falsch bei ihm? Ui. 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 Ne, jetzt reicht's. Ach man, nein, aua. Was war er? Flasche. Flasche. Ja, Flasche hab ich nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, dass es blutet. Ui. Und das war's schon? Wir sind zu gut. Wir sind 7 Runden. Ja. Warte, wenn da noch einer rankommt. Eine Bonusfolge? Ja, Bonusfolge auch. Starship hatten wir schon. Ja, eben. Na dann. Motel. Kakariko, komm, ist lustig. Kakariko, wo ist Kakariko? Wo ist Kakariko? Jetzt laufen wir gleich alle als Vasen rum, weil's nichts anderes gibt. Ja, vollkommen richtig. Aber das ist extra eine Programme. Wenn wir da so ein A umgehören. Welche kann das sein? Ja. Ja, kann das bloß sein. Gesundheit. Danke. Danke. War zwar gut gemacht, aber danke. Wir können euch gebrauchen. Und... Erstmal warten, bis alle da sind. Sind alle drauf? Heiler? Ja. Jan? Ja. Los, klar. Dann, joinen. Ja, bis das. Oh, cool. Ja, ja, ja. Wieder das beste Team. Lass ihn schnell! Klick was! Er hat verkackt. Warum war ich jetzt nicht? Weil du vergessen hast, sowas zu klicken. Doch! Hab doch was ist dein Muster auf Props. Ich hab auch eins. Und Loll. Loll, man kann sich als Herz verkleiden. Lass mal überlegen, ob's hier überhaupt zu finden gibt. Ey, das ist ne Bombe. Bombenstimmung! Muss ich jetzt drücken, jetzt? Och, Sascha, Alter, du willst doch schon wieder schnell gehen, Alter. Ich hab die Bombenstimmung gehabt. Jan war zu spät gejoint. Sascha, du kennst doch bestimmt die Peelzmeet-Folgen mit den... Ja, ist drin. ...dingens hier, ne? Ja, klar. Dann können wir uns ja jetzt mit ein paar Moves, die die gemacht haben, orientieren. Ohne den anderen zu sagen, wo wir sind. Loll. Wobei man nicht auf den Sniper-Spot kommt, scheinbar. Ach, mir seltener. Bist du den? Was seh ich? Von dir aus. Alien! Sorry! Töte es! Geht nicht! Nein! Oh! Klatsch! Nein, das... Klatsch! Ich bin zu langsam als dieser Prop. Ich bin zu langsam! Ja, in der Tat. Hat man als Prop nicht immer die gleiche... Die kleine Props sind schneller als... Die weg! Fuck! Wer ist da? Nein! Nein, 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 nein! Alles klar, mich finden die nie! Ah, come on! Never! Wer wacht sich hier, ey! Tü, 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 tü! Sascha, guck mir mal zu! Leider ich das zu obviers. Sascha, guck mir mal zu! Hast du gesehen, Sascha? Bist du das große Ding, oder bist du da... Ich hab ein großes Ding, ja, so, das war gar nicht die Frage. Ja! Wow! Also bist du das Ganze, oder bist du irgendwie da rein? Oh, ne! Ich will nur so ein Stückchen davon. Ja, ne, das ist mir klar. Der Rest ist was anderes von. Was? Beweg dich mal. Ne. Okay, also doch. Das ist nice. So, Pixel genau. Ne, warte. Ne, ist doch nicht Pixel genau. Ne, das ist zu weit. Ich will das sehen! Wo seid ihr? Na, äh... Sniper Spot. Ah, okay. Wo ist denn Sniper Spot? Ah. Tja. Schon die TTT hier gesehen? Nein. Ach so, passt das. Ha! Was ist denn da? Mach dich mal auch dazu. Ach so! LOL! Nice, ne? Oh, Bleddick ist fest. Ne. Bleddick war eben gerade noch bling bling. Und jetzt, äh... Das ist schon... Oh, der Sniper Spot ist doch da oben, oder? Komm her, Bleddick! Komm mal rüber! Ja? Welcher bist du denn? An der Wand! Warte. Hä? Hier. Ich seh dich nicht. Ja, hallo! Kann man zu dem Ding werden? Das war sick. Hallo! Ich seh dich nicht hüpfen. Guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten. Ach daaa! Alter! Guck mal, stelle ich mal neben mich. So, der Heider ist schon mal am anderen Ende der Map. Genauso wie in Mattes und Xanto. Guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten. Aber da hinten auf den Dingenspot, da kommt man an der Lüste. Oh, Leute, die Map ist ja deutlich größer als die TTT Map. Das ist sicher jetzt erst. Ja, eben. Deshalb gibt's wahrscheinlich den Nummer... Ach, jetzt komm, dreh dich doch noch ein bisschen. Nein! Sag jetzt. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr bewegen. Sie kommen. Ich komm auch gleich. Das reicht, wenn wir erscheinen, oder? Ja! Boah, das ist so mies. Was ist denn so alt gerade? Was? Was? Aus der Ecke? Nee, nee. Wo ist der denn? Der muss um die Wände rumlaufen. Sucht! Sucht und findet. Eine Minute haben wir noch. Ah, wir haben mich gefunden. Nein! Was? Ach, du bist ein Stück Hecke. Lol. Ja, ich stand da nicht so perfekt. Ich hatte eine Lücke zwischen. Huch! Nein, geh weg! Du sollst weggehen! Wie sieht das aus? Was? Da läuft die Hecke. Ich hab' gesagt, du sollst weggehen. Nein, weg! Wo ist die Hecke? Weg! Nein! Aus! Nein! Nicht zwei Leute! Das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Gott, wie viel Leben hast du? 200 oder so. Keine Ahnung. Säcke. Sonic liegt immer noch. Ja, wo? Ja, natürlich. Der hat auch Skill. Und stirbt jetzt gleich. Ich baue was. Nest! Lol! Oh! Du bist so ein dreckslacker Sonic! Sonic! Was? Jetzt weiß ich auch, warum ich mich nicht verwandeln konnte, als ich wollte. Ja, du bist durch mich durchgelaufen. Ja! Kannst du eigentlich noch was hier werden? Sonic? Was? Habt du auch was hier hin? Hihihi! Jetzt soll ich erstmal wieder safen! Ah, die fühlen mich eh nicht. Die gucken nach dem Namen. Das ist dir klar, ja? Ja, die fühlen mich eh nicht. Geworden. Bis jetzt mal herkommen. Richtig. 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 Kannst du die Blume da auf dem Fußboden werden? Nee. Ich weiß nicht. Ich hab's nicht hingekriegt gerade. Okay. Also ich bin auch weggerannt. Aber... Das ist schön, wenn man Skill hört. Geil! Lass es auf. Wie, ich bin Herz. Das steht doch jetzt in der Ecke. Ich bin ein Herz! Hol dir, Jan! Hu 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 hu. Ich hab ein Herz für Shotguns. Shotgun! Verschluckt! Stirb leise! Stirb leise! Stirb leise! Und andere. Scheiße! Incoming! Incoming! Oh Leute, man kann die Bombe hier durchs Level rollen. Wie geil ist das denn? Wir können boh nicht schicken. Ach komm. Ja, wir kommen da auf nochmal weg. Ach komm. Nö. Hier sind sogar blaue rum. Die, 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 die. Ich denk fest, zieht mir immer jemanden. Kann ich töten? Ja, kann ich ja lösen. Ja. Ja, erwischt! Komm her, Heiler! Komm her! Stirb! Da explodiert dann nochmal alles. Toh, dann wird er ab. Dann, dann, dann. Ein Baumstumpf kann man nicht werden, ne? Mich? Nee. Das wär ja echt op. Ist ja schon wieder ne Baum. Nice! Jan, du willst mich doch verarschen! Was macht der? Was ist der? Was tut er? Er tötet. Warte kurz. Nein. Der kann nicht töten, der ist ein Prop. Ah. Lasst ihr euch etwa vor meinem... Haken verarschen. Hilde! 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 War nice gemacht. Flup, 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 flup. Hilde. Alles klar. Und? Ist das? Du bist ja auch noch im Gegner-Team. Stimmt ja dabei, aber... Die Tür geht auf. LOL! Das ist ja assi. Die Tür geht auf, oder? Ich hab gerade einen Supporter gefunden. Da muss ich ihn merken an mir. Das Prop. Ja, da stand ich schon in der ersten Rolle. Ach, Mann! So! Das ist das Problem mit Gegenständen, die auch hinfallen können. Alien. Sie... Den immer aufrecht. Steht aber auch so. Ja, es steht immer aufrecht. Dadurch fällt's auf. Wenn alles andere schon umgekippt ist. Ja, das steht aber auch so aufrecht in der Welt. What the fuck? Als Prop. Ja, aber du kannst es umwerfen. Und da das andere Teil umgeworfen war... Ja. Das ist gut zu wissen. Ich hab das doch gerade gesagt! Ich... Ich hör dir nicht immer zu, musst du wissen. Es gibt Teleporter auf der Welt. Ja. Boah, das ist cool. Wo? Sag mir nicht, dass du guckst. Auf irgendwelchen Däscher. Ach ne, auf irgendwelchen Boden oder so. Ach, diese weißen Punkte da. Ja. Ey, wer läuft da? Wer ist das? Da ist ein Herz. Das läuft. Welches? Ne, 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 das ist Blödsinn. Hier läuft kein Herz. Sascha! Ein Herz für Tiere! Was war? Ein Herz für Sascha! Na komm! Weiß ne! Fünfzehn Mann schießen auf ihn! Ich brauch was anderes. Ich brauch dringend was anderes. Das andere Herzen. Du hast du auch das Herz? Sehr gut, ne. Gott, ich hab mich... Ich hab was für dich. Ich hab was für euch. Ich hab was für euch. Kann mich mal jemand rausbacken? Mein Herz. Oh! Weißt du nicht, dass du mit dem Ding da kommen kannst? Was? Guck mal, hier. Mit dem Ding da lag ich jetzt neben dir. Mach eins. Meinst du nicht, dass du da oben rauf springen könntest? Ey, wer dreht sich denn da? Ja, das ist eventuell blödig. Blödig? Bist du stuck? Richtig! Blödig doch nicht. Beweg dich einfach nicht. Oh! Das gebe ich gleich zurück. Gott! Das war ganz unwünschig. What is wrong with you? What the fuck? Was war das eben? Da kommen Körperteile angeflogen! Hörder! Darf nur keiner ein genaueres Auge auf mich werfen, dann erkennt man mich. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Weißt du nicht, dass du hier mit dem leuchtenden Ding da bei dir in der Nähe... Ja, ich komm damit weg wieder. Wenn ich will. Also, aber nicht da oben hin? Nee, nee, leider nicht. Das bringt mich eigentlich wieder zurück, soweit ich weiß. Oh. Ich möchte euch blödig sterben sehen, bevor ich hier abhaue. Wo sind die anderen jetzt schon wieder unterwegs? Pssst. 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 Irgendwer hat sich wieder als Hecke getrampt. Oder als der Topf, der da oben drauf steht. Nee, nee. Nee, nee. Bewegt sich auch nur. Guck mal, wo ich stehe jetzt. Äh, warte. Er ist weg. Geil! Geil! Komm schon! Verwandle dich! Ich will... Ich will... Ich will ein Töpfchen sein! Komm schon! Ihr hört die E-Taste! Da sind so ein paar Leute bei dir in der Nähe. Ich weiß. Wo? Okay. Da waren viele Leute bei dir in der Nähe. Wow. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Kill. Jetzt lass mich doch verwandeln. Ich hab Angst! Weißt du? Das hat keinen Skill! Ab ihn! Schieß noch ein bisschen auf die Hecke. Das ist der andere. Noch sieben Schoß. Dann fällt er um. Noch fünf. Das andere Team ist eh nur eiskalt. Ja. Die haben echt keinen Spaßfaktor. Und ich freu mich schon, dass so ne... So ne... Ja, noch ein Schoß. Nee, zwei noch. Das... Das geklappt hat. Ich werd nicht mehr. Der war kein Leben verloren. Doch, klar. Die ganze Zeit. Immer in 10%-Schritten ging's runter. Und ich denk, mach der jetzt ehrlich weiter. Nee, das kann er bei dir in der Nähe. Das war nix. Doch. Anzeigefehler. Anzeigefehler. Wie er schon Einschusslöcher hat. Da hinten läuft er. Gar nicht! Rechts. Ja, genau. In der Nähe. In die Richtung. Jetzt die Rampe runter. Selber Rampe. Du hast ein Problem. Ja. Hab ich das? Ach komm. Das ist dein Scheiß an. Bei dir sind überall Einschusslöcher. Ja, sag ich doch. Oh, ich hab ihn nicht gesehen. Anfangs. Erst als auch meine Ecke war. Lul. Lul. Hex! Jetzt wird die Folge auf einmal so lang. Ja, ne. Ja, egal. Ja, klingt wunderbar bei so einer großen Map. Deine Special. Für mich. Für niemand anderen. Bei mir dürfte es sogar tatsächlich die 30. Folge sein. Also vielleicht. Oh shit. Special. Jetzt schon. Schneller. Lauf. 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 Ich bin so froh, dass du noch Lauf dahinter gesagt hast, Hila. Schneller. 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 Hila, ich wollte grad schreckte Vogel. Ich gucke hier meine Wassermanne durchs halbe Büro. Oh shit. Lauf. Nicht dasselbe machen, was wir machen. Das ist richtig uncool, ne? Das ist richtig uncool. Jetzt bin ich auch mal assi. Ja. Hab kein Herz für Töpfe. Oh fuck. Warte kurz. Bin ich wieder da? Du hast überhaupt ein Herz? Oha. Oha. Ach come on. Jetzt muss ich auch mal assi sein. Du war quitt. Und jetzt bin ich nicht mehr assi. Was macht das? Du siehst mich. Ob ich. Was? Komm hier nicht weg. Ja. Ist aber auch nicht das schlechteste Versteck. Ich sag so. Ne, mir ist es. Guck mal bei mir. Ja. Man, ich will auch sehen. Mal. Ich will es doch auch sehen. Ich will es auch sehen. Ich will es auch sehen. Ich muss ihn finden. Das ist nicht mal gerade so der schlechteste. Dreckiger. Wort um fest zu buggen oder was? Ach da hinten geht es ja auch noch weiter. Ja. 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 Es ist behindert. Oh ja. Oh ja. Also Heiler, du kommst da nicht mehr weg oder was? Vielleicht du musst noch nie werden. Doch. Ah doch. Ich nicht. Ich komm nicht weg. Ach so. Und das wäre ja zu krass, wenn du der Baum wärst. Der ganze Baum. Jawohl. Die Bomben kann man auch hochjagen. Oh. Gut zu wissen. Ah. Was ist denn da? Ne, ne. BAM! Lol. Obwohl ein bisschen wohl ein Mann hier in die Hütte reinrennt. Das wird ein Assi-Versteck genommen. Ja, richtig Assi. Hier ist gerade der Name aufgetaucht. Ach, guck mal! Mann, der war die Bombe! Ich hab recht gefragt. Ging nicht anders. So was kannst du eigentlich? Oh, ganz ehrlich, dein Spot ist einfach mal mega Assi. Ach, Hella ist auch mega Assi. Hella, das kennen wir nicht anders. Oh, scheiße. Ich muss mein Handy ausstecken. Rausgetoppt, alles klar. Der macht auch keinen Sound oder so. Wo war er? Im Wasser. Ja, ich wollte da grad hingehen, aber dann hat mein Scheiß-Handy gedacht. Ah, ich mach mal... Ja, bei mir auch. Ich mach mal... ...einen aus... ...y... ...x... ...plus 2 minus 5. Was? Ah! Haha! Genau! Mathematische Rundleitung, oder? Jetzt weiß ich nicht, was er von mir ist. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Hey, wer bist du? Ja, ist okay. Was bist du? Wer bist du? Sascha? Ja. Du das? Ja. Nice. Sind wir jetzt die Brothers? Ne. Machen wir was cooles? Weiß ich nicht. Bei Emeralds. Lass mal. Was sag ich mit Abwurdi? Abwurdi ist doch noch ne Runde. Achso, noch ne Runde. Siehst du doch. Voll gut, ey. Eine Runde in diesem Game. Nein, nein, du hast mich gar nicht gesehen. Achso, ja, ja, ja. Ne, weißt du auch. Juhu! Ach komm schon! Hab doch mal ein bisschen Spaß! Was für Spaß? Das ist doch teuer, werde ich unser Versteck, oder nicht? Für Spaß ist es am Samstag Zeit. Killgeile Säcke hier. Wenn du als Säcke vor mir herläufst, dann ja. Naja, ich will unsere Aufteilung... Ich war ein Herz! Du hast ein Herz... Äh, ein Herz durchschossen. Herz, aber das Richtig ist ab hier. Ja, das ist sowieso, weil du halt so wenig Jumps gehst. So gehst du mit Herzen um. Richtig verschwenderisch. Das ist zu auffällig. Lass noch kurz hierbleiben, bis wir einen bei uns sehen, und dann hauen wir ab. Okay. Diese Ansage war zeitlich so geil geteilt. Oh, schau! Oh, schau! Oh, schau! Oh, schau! Ihr seid echt so tot! Nein! Ihr seid so tot! Ihr seid so tot! Leute, wenn ich vorhin nur einen Schuss gebraucht habe und ihr 15 aushaltet. Nein! Aber! Ich halte zwei oder zwei von denen auf. Ah, ich war doch lustig. Ich hab irgendwie fünf oder so. So. Okay. Matisse. Ja, dann war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Haut rein und tschüss! Ciao! Tschüss! Ciao! Ciao! War nur eine halbstündige Folge. Wo wir sie wieder zum nächsten Mal aujourdpeople machen. Schau! So, dann würde ich bei mir heute an.